Liebe PLW-Landessieger, toll gemacht! Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Sieg beim Wettbewerb Profi-Leistenpass auf Landesebene. Damit haben Sie Ihre Erfolgsgeschichte als Kammesäger fortgeschrieben und können nun voller Stolz behaupten, landesweit die Besten Ihres Fachs zu sein. Mit Fleiß und Disziplin und hoffentlich auch viel Spaß haben Sie Ihre Ausbildung nun abgeschlossen. Und das in dieser schwierigen Corona-Zeit. Respekt für Ihre Leistung! Mit Ihrem Gesellenbrief steht Ihnen nun die Welt offen. Ja, liebe Gesellen und Gesellen, erstmal auch von meiner Seite einen ganz herzlichen Glückwunsch für die bestandene Prüfung und für die exzellente Leistung auch im PLW-Landesswettbewerb. Ja, es freut uns immer wahnsinnig, wenn wir als großer Bildungsträger, und wir haben Sie über die Zeit hier auch begleitet, dann sehen, wie erfolgreich Sie am Ende auch angeschnitten haben. Und jetzt freuen wir uns natürlich, wenn Sie Ihre weitere Karriere dann starten. Die Welt steht Ihnen offen und wir freuen uns dann, wenn wir uns dann auch wieder sehen in unseren Bildungsstätten und wenn wir dann mit Ihnen gemeinsam die nächsten Karriere-Schritte feiern können. Alles Gute! 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 Untertitelung des ZDF, 2020